Möchten Sie Ihr Auto verkaufen? Dann sind wir der richtige Partner für Sie. Ein Anruf bei uns lohnt sich oder kommen Sie mit Ihrem Fahrzeug einfach vorbei. Wir kaufen Ihren PKW, LKW, Bus oder Ihre Baumaschine mit und ohne TÜV oder Unfall und ohne Begrenzung der Kilometerleistung. Bei uns sind Sie richtig. Zudem garantieren wir Ihnen einen ordentlichen Kaufvertrag und sofortige Barzahlung. Auf Wunsch melden wir Ihr Fahrzeug auch gerne ab. Eine letzte Fahrt zum Turm lohnt sich. Wir freuen uns auf Ihr Vorbeikommen. Auto Simon, LKW, PKW, Baumaschinen, Import, Export am Turm 84 in Siegburg. Brand in Siegburg. Am 12.07.2010 gegen 23.15 Uhr wurde in der Siegburger Kaiserstraße eine größere Menge gestapelte Papierkartons in Brand gesetzt. Die Kartons waren vor einem Schuhgeschäft zur Abholung durch die Müllabfuhr bereitgestellt. Durch die Hitzeentwicklung zerbarst eine Schaufensterscheibe und die Flammen griffen auf die Ladentheke über. Dort gelagerte Verkaufswaren wie Schuhe und Handtaschen wurden durch das Feuer beschädigt. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Diese traf kurze Zeit später ein und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.